was geht youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem kanal scorpion place leute und ich wallhack heute in ww2 und zwar mit dieser neuen oh gott ich muss jetzt mal alles einstellen also das ist kingfields account moment ich erkläre euch gleich mal warum ok also oh mein gott was muss ich alles einstellen wo ist die vibration deaktiviert controller belegung taktik aktiviert ok jetzt müsste es normal sein ja leute und zwar gibt es diese neue widerstandsdivision und der fanto hat darüber auch ein video gemacht ich habe mir gefragt ob ich das ob es okay ist wenn ich auch eins mache und ich werde absolut gerapet und er meinte das ist gar kein problem deswegen bin ich jetzt am starten mache auch ein video hier in ww2 und das ist ein bisschen wie wallhacken leute und deswegen ist auch der titel etwas gereißerisch gewählt würde ich natürlich schon sagen bin ich ehrlich zu euch aber es passt doch schon gewissermaßen so ww2 ist am start und kingfield echt ein guter youtube kollege von mir richtig korreker typ richtig guter youtuber auch vor allem hat mir seine account zur verfügung gestellt weil ich diese division einfach noch nicht gelevelt habe und auf level 4 bekommt man sozusagen erst die sachen die man braucht und jetzt gucken wir mal ob das funktioniert also wir müssen auf die minimap achten wenn ein gegner in der nähe ist wird er mir angezeigt jetzt zum beispiel das heißt hier in dem haus müsste eigentlich einer drin sein ist das richtig da ist er nämlich schon ich habe ihn für ever so unsichtbar so active camo gehabt ich gucke jetzt mal wie weit man das so machen kann wie weit es funktioniert oh mein gott er ist recht zu mir oh mein gott oh mein gott leute was kann man machen ok ok das war zu viel ok leute aber man merkt schon die tendenz wie krass es doch schon hilft es ist wirklich so wie ein wallhack leute holy guacamole leute ok ich bin gespannt was man damit zu reißen kann unsere streaks sind jetzt drohne konnte drohne falsche mega da hätte ich vielleicht noch etwas ändern können aber kann ich mir später immer noch machen geht es ein teammate du bist ein gegner du bist ein gegner also habe ich es geschafft habe mich zu befreien oh mein gott hätte ich niemals mitgerechnet ok ok da ist einer also ist das heftig ne das ist so wie oh mein gott war das brutal das ist so wie sechster sinn nur in gut würde ich sagen sechster sinn hat mich immer ein bisschen aufgeregt aber das hier scheint ein bisschen besser zu funktionieren würde ich sagen vom gefühl her jetzt kommen auf jeden fall welche da muss man kein ding natürlich nicht vergessen dass man trotzdem noch seine normalen fähigkeiten benutzen kann um zu spotten wo die gegner sind ich muss jetzt hier ganz schnell weg weil die kommen jetzt safe von hier 1 ach gott er hat die normale pistole phil was machst du zack easy push ok die kommen jetzt von hier meiner ok das sind der nächste ist aber meiner der nächste ist safe meiner links oder rechts sechser sinn hilf mir mal kurz ok die scheinen wirklich hier drin zu sein ok ich gehe jetzt hier selber ja das ding ist ja zu krass teilweise wie es einem voraussagt wenn einer kommt hier ist einer den höre ich selber drohne drohne hilft natürlich auch noch ungemein wow aber ich frage mich gerade ob leute mit geister vor geschützt sind weil wenn nicht ist das schon heftig 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 gabs stupst mich an alles klar ich bin aber leider gerade am aufnehmen er gab es so grande wie er sich ja mittlerweile selber nennt alter jetzt kommt doch endlich was wenn er mich holt dann bringe ich mich um ok er hat nichts gecheckt da ist ein gegner denn der feuerschotgun das war easy easy read ich habe so gebrannt leute ok erstmal durchatmen ok jetzt mal kurz checken wo sind die hier direkt rechts von mir wieder im haus ooooh ok das hat er gut gemacht ok hier ist noch einer komm wallhack verrat's mir wallhack verrat's mir zwei sind hier 1 oh mein gott ist das effektiv noch einer ok alter ist das effektiv man vielleicht kriege ich ihn nein ich dachte vielleicht ok nochmal jetzt habe ich ihn aber safe nein teammate haben wir den nate habe ich gekontert kurz ab ok what the fuck man boah leute das hat ja schon mal unnormal bock gemacht alter ich habe deswegen eine smg genommen weil ich dachte ähm das zeigt halt die gegner in relativ nahe umgebung an und deswegen macht das mehr sinn aber schön hier zack zack ok leute flag tower habe ich eigentlich noch die bewegungsunschärfe ist die noch aktiviert alter deswegen phil spiel die ganze bewegungsunschärfe alles klar boah sieht ja viel besser aus jetzt holy alter ganz anderes leben nein ach belastend wow alter da muss ich gerade mal kurz alles geben wo bist du links und rechts ok einer ist hier drin boah ist das heftig digger das ist schon brutal heftig ich meine klar der typ ist so weak hat so angst na da habe ich dich noch oh mein gott last last in peace digger alles klar oder boah 100er prezzi ist jetzt aber gerade echt am start ok drohne wird ausgepackt konterdrohne ist auch am start also ich weiß genau wo sie sind krass alter ist das nice nicht umdrehen ok das war gar nicht der einzige wow teammate ok jetzt die Fallschirmjäger zu bekommen wäre schon mal cool würde mich da schon drüber freuen ok wir sind jetzt kurz vor ich glaube hier könnte einer kommen als ob du da jetzt so wartest was ist los mit dir man guck mal wie er campt boah das ist so ein ekliger man ok hab ihn ok zwei vor Fallschirmjägern die Nates kommen nein oh mein gott ey kurz vor Fallschirmjäger ey das macht so spaß damit zu spielen ne das macht unnormal bock ok ganz klar ist hier oben jemand den hab ich safe egal was er macht ja ok wir sind wieder am start jetzt spawnen die aber da hinten wahrscheinlich egal ich pushe trotzdem rein kein bock zu warten Drohne und content schade dass es so lange dauert das rein zu callen wow ok krieg ich hier noch einen ach schade Leute die Runde ist gleich schon rum die kommen immer alle auf einmal Leute wow hier kommt auch einer boah Headglitch der da hinten zack war es der letzte hier hinten boah Leute man das macht übelst Bock ich hab richtig spaß grad lange nicht mehr so spaß in dem Spiel gehabt ich würde sagen erstmal 6 AKD easy gesaved aber ich mach auf jeden Fall noch ein paar Runden glaube ich es macht richtig spaß ey das wird was auf der Map Leute ich meine hier ist es halt so hier bündeln sich die Gegner nicht so wenn du halt einen siehst im Wallhack Modus dann kriegst du ihn auch das ist safe aber ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit gesnipet das ist das andere Problem ich kann jetzt hier schnell hinlaufen versuchen und jetzt kann ich gucken dass ich jetzt hier einfach abchecke was abgeht und es könnte ein bisschen deutlicher leuchten dass ich auch mehr sehe wenn ich nicht richtig hingucke der erste Grandfight war schon wieder so intensiv ne siev digger siev kennt man das noch krass lange her schöner Headshot so jetzt müssen wir eigentlich nur logisch überlegen den krieg ich nicht wo ist der andere der kommt von hier ich wusste es und er spielt Schrotflinte auf Gustav Cannon Leute ich kann nicht mehr hinter mir hat einer auf mich geschossen einer ist hier rechts über mir oh nee ey meine Fresse guck mal was von der Waffe ich hier spielen muss ich muss hier mit einer SMG spielen auf die Long Range Gunfights meines Lebens und ich krieg sie sogar alle aber dann wieder einer von hinten ne ja jetzt ist es scheiße der andere Spawn war besser ja den kriegen wir ausnahmsweise mal rest in piss guck mal wie er mich gebumst hat er hat so wenig Zeit zum reagieren boom alter das war ein sauberer Kill jetzt weg hier jetzt einmal den Spawn kommen den nehmen wir noch mit alter er ist der beste Leute er hat er hat mir so wieder die Eier rasiert guck euch jetzt an wow durch die Schienen durch aber man muss schon sagen auf der Map macht das schon Spaß damit zu spielen es macht generell Spaß damit zu spielen vor allem jetzt bin ich auch langsam richtig warm aber hier durchzulaufen ist halt Kamikaze ja was soll ich machen ich hab ne fucking Submachine Gun oh mein Gott ich hab sie so schlau gemacht jetzt bin ich tot renn Marcel ich glaub's nicht er wartet wirklich immer noch Gott sei Dank gibt man den Sniper her ja mhm das ist Marcel K98 Hiltmarker in sein Gesicht erster Treffer in der Runde hier hilft es mir grad richtig diesen Scheiß zu spielen nein und dann entscheide ich mich für die falsche Ecke er hat 4-2 gegen mich Leute oh Gott ich würd sagen einen musste ich bekommen hinter mir wow also Leute ich versuche ja die ganze Zeit das Perk zu usen aber es ist halt manchmal nicht so einfach weil mir spawnen die gleich eh wieder hinter mir einer ist unter mir nein er ist hier ok guck 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 Leute was macht er mit mir ich will's einfach sehen ah er spielt glaub ich auch damit oder macht das Sinn oder wird sein Radar gestört das frage ich mich gerade also ob ich überhaupt anfällig dafür bin ok 2 haben wir ok jetzt vielleicht nochmal schnell hier rum vielleicht spawnen die hier nochmal für mich tut mir den gefallen ich glaube diese Gebirge Leute seh ich die gar nicht damit könnte das sein er ist schon wieder da es ist die ganze Zeit dieselbe Situation ne oh mein Gott wow das war anstrengend man rechts von mir oh Gott ich er hat es auch er hat es auch Lunaldo spielt es hundertprozentig also wenn Lunaldo es nicht spielt dann weiß ich es nicht Leute ok Leute das war's mit dem Video wenn es euch gefallen hat das gerne like dafür da checkt meine letzten Videos gerne ab ich bin raus für heute haut rein bis zum nächsten Mal ciao